herzlich willkommen zu einem neuen shop video fast 90 prozent meine zuschauer sind noch keine abonnenten deshalb wird es zeit ist zu ändern und das kennen kostenloses abo da dann schaffen demnächst auch mal die 200 abonnenten aussehen bewertet kommentiert und teilt auch gerne das video und wenn ihr noch live streams von ihr nicht verpassen wollt dann folgt mir doch gerne auch auf twitch klickt einfach dazu auf den ersten link in der video beschreibung und ich würde sagen wir schauen uns jetzt den heutigen item shop an wir haben zum einen die volkyro wieder zurück war schon auch seit einer längeren zeit nicht im shop ist ein relativ seltener skin also kommt noch relativ selten immer ein shop rein was ich eigentlich ganz cool finde ist aber auch keine winter exklusiver skin oder so dann gibt es dazu den forstschwinge gleiter hätte ich euch definitiv nicht empfohlen zu kaufen weil er wirklich so riesig ist der gleiter und auch todeslaut zwischendurch macht er immer so eine flamme ich weiß nicht ob man es hier erzählen kann genau die die sehmal normalerweise tausend mal lauter im game dann hört euch auf jeden fall jeder einzelne spieler dann haben wir als nächstes den lay skin mit dem neuen stil und zwar dem modestil dann nehmen wir die versionen da von dem paradox skin dazu die allsicht spitzhacke und den equilibrium leiter kurz nachgucken passt alles ich dachte schon wieder außerdem fenstermodus da würde mich die aufnahme wieder decken da haben wir auf jeden fall zunächst ist dem mani skin dann kuckuck werden ja vor kurzem die andere variante ich glaube die menschen variante hier ihr mal sehr ähnlich der skin unterscheidet sich nicht viel von der männlichen version da haben wir den birdie scan noch mal dazu den golfschläger dann rasende ansturm als fortbewegungs mode dann wackeln und dann zusammenreißer das wasser mit dem heutigen shop video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten video ciao